Neuromythologie Streitschrift gegen die Deutungsmacht der Hirnforschung. Und gelesen hat es für uns Frank Kasper. Ich grüße Sie, Herr Kasper. Hallo, guten Morgen, Frau Führer. Ja, der Titel des Buchs verrät uns ja unschwer die kritische Haltung. Neuromythologie, eine Streitschrift. Aber wo genau setzt denn Felix Hasslers Kritik ein? Ja, Felix Hassler möchte tatsächlich einen Mythos entzaubern und er meint, dass wir im Bann von Bildern stehen. Nämlich von Bildern, die wir seit einigen Jahren ja auch in vielen Zusammenhängen in der Öffentlichkeit, also zu verschiedenen Themen sehen. Bilder, die suggerieren, dass wir dem Gehirn bei der Arbeit zusehen können. Und diese Bilder, die entsprechen dem starken Wunsch, dass man etwas eigentlich Ungreifbares darauf einen direkten Zugriff bekommt. Sowas wie die Seele, der Charakter, das Denken des Menschen. Die Bilder haben im Grunde auch Vorgänger. Der Wunsch hat eine Vorgeschichte. Im 18. Jahrhundert gab es diesen Wunsch, aus dem Gesicht des Menschen seinen Charakter abzulesen. Im 19. Jahrhundert Franz Josef Gall, ein Mediziner, glaubte, man kann am Schädel abtasten, was da drin steckt. Und dann kam Craig Venter, der Mann mit dem kahlen Schädel, der Wissenschaftsstar, der das Genom entschlüsselt hat und glaubte oder suggerierte, im Genom finden wir die Antwort, was der Mensch sei. Und jetzt kritisiert eben Hasler, im Grunde stehen die Bilder in so einer Tradition versprechen mehr, als sie halten können. Also die Magnetresonanztomographie, diese MRT-Bilder. Was ist denn das Problem mit diesen Bildern? Ja, das Problem ist, die Bilder sind zwar ja technische Bilder, sie sind ja wissenschaftlich ermittelt, aber Hasler, der selbst als Hirnforscher gearbeitet hat, also als Pharmakologe über Probleme des Bewusstseins, der Wirkung von bewusstseinsverändernden Drogen geforscht hat, erklärt sehr genau, wie diese Bilder eigentlich zustande kommen. Und gerade die jüngste Generation sozusagen dieser MRTs bildet sehr indirekt ab, was im Gehirn geschieht. Also aufgrund von Blutfluss, von Blutdruck, von Sauerstoffkonzentrationen in einzelnen Bereichen des Gehirns soll ein Rückschluss erfolgen darauf, wo eine Aktivität zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet. Da gibt es ganz viele Unsicherheitsfaktoren. Die Messgeräte selbst sind oft gar nicht so schnell wie die Nervenaktivität, die da gemessen werden soll. Der Blutfluss ist eigentlich langsamer als die Gehirnzellen. Es gibt ein ganz starkes Grundrauschen sozusagen im Gehirn an Signalen, sodass man sowieso in so einem Bild nie sieht, was in einem einzelnen Gehirn zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert ist, sondern es werden immer ganz viele Daten zusammengezogen und statistisch gemittelt, sodass diese Bilder also wirken wie Fotografien des Gehirns bei der Arbeit, aber tatsächlich durch viele Verarbeitungsstufen und über viele Entscheidungen für unterschiedliche Methoden, für die Auswahl von Daten sehr indirekt zustande kommen. Sie suggerieren also eine größere Sicherheit, als sie tatsächlich bieten können. Also sie suggerieren sozusagen auch eine Objektivität, die sie nach Felix Hassler gar nicht haben. Ja, die sie vor allen Dingen auch in Bezug auf das, wonach gefragt wird, oft nicht haben können. Also gerade wenn es dann darum geht, Emotionen, menschliches Denken, Reaktionen auf Eindrücke, Versuchspersonen, die bestimmte Situationen aus dem täglichen Leben gezeigt kriegen und es wird nach Liebe, nach Hass, nach Eifersucht gefragt, wie es sich im Gehirn widerspiegelt. Solche komplexen Dinge sind eigentlich kaum einzelnen Hirnregionen zuzuordnen. Das weiß man heute, aber das weiß der Laie natürlich nicht. Und Hassler hebt vor allen Dingen darauf ab, dass diese Forschung am Gehirn und der Wunsch, psychische und geistige Vorgänge am Gehirn selbst beobachten zu können, unser Menschenbild eigentlich auch dahingehend verändert hat, dass wir glauben, auch Krankheiten, psychische Störungen über Chemie, über Psychopharmaka, die auf das Gehirn direkt wirken, behandeln zu können. Und das zeigt er sehr ausführlich. Im größten Kapitel seines Buches hat schwerwiegende Folgen, weil andere Behandlungsmethoden zurückgedrängt werden, weil die Medizin und die Forschung sehr stark in Abhängigkeit von der Pharmaindustrie geraten sind. Das ist eigentlich sein Hauptpunkt, dass er hier vor Gefahren warnt, die mit dem Irrglauben einhergehen. Im Gehirn lägen alle Antworten auf geistige Gesundheit und Krankheit. Also wenn ich Sie recht verstehe, Herr Kasper, dann ist das ein Buch, das auch sich bemüht zu zeigen, wie die Naturwissenschaften unser Bild vom Menschen und damit auch unser Bild von der Gesellschaft formen. Ja, unbedingt. Also was Felix Hasler hier leistet, der Pharmakologe und auch Wissenschaftspublizist ist, muss man sagen, und auch ein sehr lesbares Buch geschrieben hat für Nichtfachleute, ist eigentlich eine Art Übersetzung. Er will in die breite Öffentlichkeit ein Wissen und eine Kritik hineintragen, die in der Medizin, in der Forschung heute artikuliert wird und er möchte eigentlich die Erwartungen etwas zurückstutzen an die großen Welterklärer, die in den letzten Jahren sehr stark unter den Hirnforschern gesucht worden sind und wo dann Leute wie der von Ihnen schon erwähnte Gerhard Roth oder Wolf Singer diese Rolle auch gern und vielleicht etwas überzogen gespielt haben, Antworten auf philosophische Grundfragen zu geben aus dem Fachwissen der Hirnforschung heraus. Hier plädiert Hasler für Skepsis und er tut es in einem angriffslustigen, selbstverständlichen Ton, aber eben auch in einer Art und Weise, die es uns möglich macht, als Außenstehende sozusagen etwas besser einzuschätzen, auf welcher Grundlage eigentlich solche Urteile zustande kommen. Wir sprachen über das Buch Neuromythologie, eine Streitschrift gegen die Deutungsmacht der Hirnforschung von Felix Hasler, ist im Transkript Verlag erschienen. 260 Seiten kosten 22,80 Euro. Frank Kasper hat uns dieses Buch vorgestellt und Sie können seine Kritik nochmal hören oder auch lesen auf unserer Internetseite dradio.de. Deutschland Radio